Ich nehme mal die Schattenklingen, die haben 45% Lauf-Tempo, 30% Kilo Steufe, bis 20% Ausweichern und mit 15% Lauf-Tempo, macht sich eigentlich ganz gut. Oh, warte, 2... ...durzen Tierenräumen und Touren-Abort machen, aber nicht mit mir. Du bist dran, Vice. Ja. Komm, komm, komm. What? Hey. Super, wir haben ihn noch erwischt. Dafür ist aber der Turm gleich drauf. Na egal. Das schaffen wir auch ohne den. So würde ich ja bei meinem richtigen Spiel nicht lieber vorgehen, aber... Es ist ja nur aus Testzwecken, das ist noch gut. Und den machen wir auch noch schnell fertig. Wenn man gegnerische Helden besiegt, kriegt man natürlich mehr Gold und mehr Erfahrung. Normalerweise kriegt man für Legendär oder Götting gleich auch noch zusätzlich extra, nochmal ein bisschen extra Gold. Oder bestimmte Ereignisse, aber nicht bei einem eigenen Spiel. Selbst erstellten, oder trotz. Oder auch... Als du möchtest. Also... Komm her. Komm her. Super. Ja, anstatt dass der Marath macht. Ja. Gut, was kann ich euch noch erklären. Also... Das ist meine Ulti. Meine Ulti wirkt 6 Sekunden lang und ich kann derzeit nicht getötet werden. Das heißt aber nicht, dass ich keinen Schaden bekomme. Aber... Bis zu 1 HP kann ich dann noch haben. Ich stehe dann diese Zeit nicht drauf und das macht sich auch ganz gut. Ihr kriegt auch noch gleich ein paar Bluetooth-Auflagen, wo ich glaube viele Stöcke mehr sind. Der ist jetzt egal. Allgemein haben wir noch eine gute Videos-Krengation durch starke Slideschaft. Oh mein Gott! Was willst du hier noch? Und weiter geht's. Wenn wir den Inhibitor auf einer Lange zerstören, dann kriegen wir super was ein. Und den werden dann auch so lange schon hier hin. Aber nur auf dieser Seite, ist klar. Und jetzt werde ich erstmal abholen. Ok, ich muss mal was ausprobieren. Ey, er macht nichts. Na super. Und der war zu freigesetzt. Aber jetzt hat die Leute die auch mal gesehen. Ich sprenne. Ich habe schön viele Aufladungen. Wenn ich dann mal einen Whisker hier einsetze. Heile ich mich auch noch ganz gut. Das hätte ich auch so gut! Es wird so schnell ein Mischling! So schnell müssen wir auch noch nicht beenden! Als nächstes zeige ich euch das mittlere Boss-Monster. Oder boss-Landischen Buff-Monster. Hier seht ihr ihn. Er hat 3.250 AP und auch gut bei Saka. Und jetzt werden wir ihn erstmal Slay. Das Gute an Trindermeer ist, er verbraucht keine MP, er hat auch keine, er hat nur Abklingzeit. So, nun haben wir den Buff bekommen, solange bis sich das hier auffüllt, dann ist er wieder weg. Die normalen Angriffe, diese Einheit verringern das Lauftempo des Ziels und verursachen basierend auf ihrer Stufe Schaden. Wenn der Träger getötet wird, geht die Verbesserung auf den Champion über, der sie getötet hat. Das ist nämlich der Nachteil an den Buffs. Verliert man den Buff in den Leber, aber die Zeit, die hier vorangeschritten ist, bleibt aber glücklicherweise. Na, komm her Meister Jürgen. Und das ist Meister Jürgen, der wirkt schneller, er kann schneller angreifen, aber rund bewegungseinschreckende Zielgruppe funktionieren dann nicht bei ihm so lange. Gut, und wir machen auch schon ein schön Charmentum. Ihr könnt auch die Gegenstände noch belieben hier anordnen. Welche lassen sich auch einsetzen. Da muss man einfach nur auf die Zahl 1 bis 6 klicken, auf der Tastatur. Ansonsten seht ihr hier, Q bis R sind die Tasten für die normalen Techniken. Und D und F sind die, kurz dessen, für die Zauber. Gut, ich will euch jetzt bloß noch ein Missionaries zeigen. Für die, die ich es nicht kenne. Und zwar, ich bin hier noch Barpflanze, auf der anderen Seite genauso. Da haben wir den Tor mit den Wolf, dann gab es nur so eine Art Gespenst oder so. Hier steht auch nochmal der Effekt und den nachher ist auch mal erschleffelt. Er sagt, du kennst mich. Ich bin ein Mensch. So, sorry Leute, mein Kumpel hat mich gerade angeklingelt. Das Problem ist, das Spiel kann ich nicht pausieren, ist ja nun mal ein Online-RPG und ja. Und ja, und ich kann ihm auch nicht wirklich muten. Ich habe zwar die Funktion bei dem Mikro, aber funktioniert wirklich mit Fraps. Egal. Das ist das stärkste Buffmonster hier. Und, naja, mit meinem Charakter kann ich das gleich machen. Mit einem anderen sitzt bei dem Level nicht so gut aus. Übrigens, in dem Game kann man mit einem Charakter bis Level 18 aufsteigen. Und es fängt dann ja immer wieder Level 1 an, ist klar. Ist nun mal die Spielart. Und dann kann man eigentlich noch... Und dann gibt es noch ein Beschwerer-Profil. Ja, 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 Mann. Dann gibt es noch ein Beschwerer-Profil. Und da kann man bis Stufe 30 kommen. Und dadurch kann man ja mehrere Zauber kriegen. Dann gibt es dann noch so ein, so drei Taktik-Bretter. Und da kann man Meisterpunkte investieren. Also, man kriegt drei Punkte pro Verteilung, das ist ja schon ein Punkt pro Level-Anstieg, die man dann verteilen können. So, dann kommt mir das eben noch schlimmer zu. Und dann gehen wir mal schnell hin. Die halten bestimmt nicht mehr viel aus. Der Nexus ist auch schon so gut wie fertig. Ist vielleicht jetzt schon gleich weg, wenn ich da bin. Dein Team hat einen Inhibitor. Das ist auch gut. Ja, die Inhibitoren, die regenerieren sich nach einer Zeit. Und bei den Drachen ist es, glaube ich, doch so. Ich dachte, es ist nur bei den großen Drachen auf der 5 gegen 5-Map. Weil das ist ja nur 3-Map. Da kriegt jedes Team mit Blut diesen Buff. Und ja, es ist wirklich gleich vorbei. Ich mache noch die letzten Schläge mit. Und ja, das war's erst mal, Leute, für dieses Testless-Playping. Ich hoffe, ihr habt mal einen kleinen Einblick bekommen und gesehen, was euch erwartet. Das letzte Play ist auch nur mein niedrigsten Grafikeinstellung, aber nicht eine Auflösung, aufgenommen. Und ja, ich finde, das macht eigentlich nicht so gut, trotzdem noch okay. Es ist natürlich noch viel besser aus in der höheren Grafikeinstellung, normal. Aber so kann ich das nur mal aufnehmen bei Frups und Slack das ein schön. Und ohne Frups läuft das bei mir, das ist richtig flüssig. Aber nur in dieser niedrigen Grafikeinstellung. Ja, und ich habe zwar jetzt nicht so viel erklären können. Vieles bleibt vielleicht auch noch aus. Aber einmal ein kurzer Einblick, ein kurzer Test. Und ich hoffe, wir sehen uns dann bald wieder. Euer Balog18.